Du bist ein Fan des Videospielkrachers Portal? Dann ist diese Hardcube Plüschfigur aus Polyester für dich genau das Richtige. Der Würfel hat die Maße 17cm x 17cm x 17cm. Stell ihn dir irgendwo in dein Regal oder leg ihn dir aufs Bett und erinnere dich immer wieder an das Kultgame. Der Würfel liegt sehr angenehm in den Händen. Mehr finden Sie auf unserer Webseite closeup.de